Team Soi, eure Hypothese. Ich freue mich, ob es ein Golfprofi war. Er konnte es nicht so gut. Er hat den Ball wunderschön geschlagen. Der Wind hat ihn abdriften lassen. Die Person ist schön auf dem Golfwägerli gehockt. Sie hatten gerade Sex miteinander. Und das... Bölleli kam zu Fliegen. Sie war gerade am Stehen. Daktat, draussen ist ein Champagnergläschen am Boden. Und da war es. Da wird sogar Brulesse-Tänzerin errötet. Danke für deine Story. Und jetzt, ja, kommen wir zum kurzen Applaus bitte für den. Und Regie schreit mir schon wieder. So weitermachen, weitermachen.